UNTERTITELUNG 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 Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's. Das war's für heute. 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 Das war's für heute, das war's für heute. 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 Welcome back, Captain Blazkowicz. Howdy, cowboy. What the damn hell are you doing? Science project. Why are you scaring, Max? Sorry, pal. Didn't know we'd flip out like that. That his son? Nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, nicht ihr so? Es ist, Klaus hatte ein sohn. Er war während der Krieg. Ein Geheimnis, er nennt es. Sie haben seit Jahren einen Kind gehabt. Er und seine Frau. Ja, er war ein guter Vater. Für ein Nazi. Der Kind war mit einem Klubb-Foot. Klaus wusste natürlich, was das bedeutet. Er begann die Doktor nicht zu beantworten. Dann hat die Polizei geschehen, um die Frau wegzunehmen. Klaus und seine Frau versucht zu stoppen. Die Frau wegzunehmen. 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 So er sich selbst verletzt? Ich glaube so. Und er wird niemals verletzt die Nazis. Ich glaube so. Check out Max. See if he's okay. This is Great William. I still need those state records. Can you look in the archives room? I think it's right over there. Soldier, man. Keep the door to the archives. You know, like lock check. I think maybe Wyatt has a key. Need toy. All I had was a pine cone and a box of matches. Canadore is. It was someone who could do ahead of us. I don't know him but you're increasing for power and you're increasing. I don't care if he doesn't care if he needs anything. I still need that help. It's fine. The sagtkin's a key. You don't need to carry alive. It's okay. He would be his last one. woke up di Patient's face when the 순간�ars do come in and protect us. Das ist eine amerikanische Trottel. Wyatt, ich brauche die Keys zu den Archives. Ja, ich glaube so. Perfect. Das ist perfekt. Was hast du da? Daugtags. Wing Commander Fergus Reed of the Royal Air Force. Took those off of his dead body, wanted to return him to the RAF, but then there was no RAF. Best damn pilot I ever saw in a hell of a soldier. I'm not cut out for this, you know. Cut out for what? This. Everything. I was 18 years old and suddenly the war was lost. Everything good in the world died. Somehow I was the one supposed to pick up the pieces and keep the resistance going, take on the whole gosh darn Nazi Empire. You think I was ready for that kind of responsibility? My ignorance got so many good people killed. Remember Private Prendergast? You know, that guy, he could survive anything. So tough. Well, I got him killed, sent him out on a mission, and he never came back. I just didn't know any better. Wing Commander Fergus Reed, he wouldn't know what to do. He could have saved so many. I made the wrong choice. You made a stupid choice! Yes, you did. You left a boy in charge of a man's work. I should have died on that day, Captain, on that slab, and Fergus Reed should have lived. I'm not a child anymore, Captain. I know where mistakes were made. There. Leave me alone now, you hear? Leave me alone now, you hear? Lost your toys, Max. Thank you. Der Toy-On-The-Run. Danke, William. Gib mir Zeit, um zu analysieren. Ich denke, ich bin zu etwas. Findet ihr was in den Archiven? Ja, ich habe etwas. Über-Concrete. Das Material von der Reich. Es ist auf der Dott-E-E-Scho-Technologie. Es ist fast perfekt, aber es ist durch die Zeit, mit einem Verlust zu entwickeln. Es ist jemand, jemand, der kennt seine secrets. Ich analysiert es und habe ein Trades von diesem typen Limestone, das nur in Norden-Croatien existiert. Now, look at das. Der Name ist Set Roth. Es ist drei Mal in der Dott-E-Schoot-Documente. According zu officialen Rekord, er wurde in 1941 in Lodz, und nach einem Forst-Labor-Camp in Belize, in Norden-Croatien. Das ist dort, wo es sich interessant ist. Der Labor-Camp excaviert Limestone von Macquarie, für ein Manufaktur von Biber-Concrete. Ich glaube, das ist der Ort, wo wir finden Set Roth, ein Leben-Member von Dott-E-Schoot. Der Problem ist, es gibt so viele Unkunds. Das ist ein altes Mann. Chances sind er, er ist bereits tot. Wir können nicht in der Zeit von diesem Magnetut, und versuchen, ihn zu befinden, bevor der ganze Nazi-Armee kommt. Was ist der Plan? Einige, muss in der, ihn finden. Geh unter Kopp. Ha! Any volunteers? Tears? You ready for this, Blazkowicz? So stupid. I was arrogant. No one is ever ready for something like this. Come for us! We go! Sauber! Schiller! 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 Bede, Gute Frau! Sie liegt im Sterben! Fightin mit zehn! Bewegung! Zaubernde! Frau Engel, was ist mit dem hier? Zu massiv! Der frisst uns die Haare vom Kopf! Nee, der kommt mir irgendwie bekannt vor! Der sieht wie ein Schwerbeiter aus! Bitte, Frau Engel! Wolfgang, der hier! Jawohl, Lagerkommandant! Durch die Tür, Sausack! Leg den rechten Arm in die Maschine! Geheimnis! Human beings! Like cattle in this place! Need to stay calm! Peril of the mission! Find, set, broth! Count to four! Inhale! Meine Schwerbeiterin! Eine Schwerbeiterin! Kassen wir uns auf denouden! Wenn die Schwerbeiterin! regimes! Ganz mehr, auf! Ich war mit den Nutzern in Afrika. Ich habe sie zurückgehalten. Sie waren zu stark. Jetzt versuche ich zu überleben. Day für day. Ich schaue einen Mann. Set Roth. Ich habe ihn gehört. Er hat hier länger gelehrt. Er ist in Block 4. Sie wollen da gehen? Sie brauchen die Uniform. Wer hat das? Schaue einen Prisoner. Da. Da. Dress in Block 4 Uniform. Say now, Miss Milo. Ich verstehe, seine Frau ist in unserer Block. Vielleicht wird das sie mit den Uniform zu verbinden. Aber Sie müssen die Guards erst beherren. Ich sehe. Sie müssen den Regenden auch aufbauen. Ich habe die ganzen Regen zu retten. Ich gehe in einem Regen in der Waage raus. Man kann die Brüste raus machen. Ich mache jetzt die Brüste. Das ist gar nicht so schwer. Dass die Brüste aus den Regen nicht deutlich nach oben ist. Töne Brüste. Das ist viel wie der Regen. Das war's für euch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was ist das? Ich bin der Mann! Ich bin der Mann! Achtung! Avatar! Milo, ich weiß, wo sie sich auf deine Frau halten. Wer ist sie? Ich bin in der gleichen Block als sie. Sie schützt mich. Sie ist nicht tot. Oh Gott, sie leben. Wenn du bereitstimmst, kannst du sie selbst herausfinden. Okay. Harry! Insassen von Block 4 durch das rote Tor. Insassen von Block 6 durch das blaue Tor. I hope they find what they seek me, Flynn. My name is Bumbatti. William J. Blaskowitz. Be safe out there. Safe. Ha 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 ha. Heard a place is like this. Auschwitz. Buchenwald. From east to west. Buchenwald. 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 Buchenwald! Hey, ich hab dich woe. Hey! Wenn ich den Aufstand offen war, werde ich in Shelf meld. Oh, stopіт! Du, hast du gesehen meine Frau gesehen? Setbroth? Oh, look at this Shimshen. So much muscle, physique, rot verkommen. You Setbroth? I'm not sure yet. What do you know of Setbroth? If doth you should. Source of the Nazi technology, I'm here to rescue you. You're here to live? This is wonderful. He's here to rescue me. Who will rescue him? And then, uh, day event, Shimshen. Don't waste your time. I swore no to never betray the secrets of Das Juhren. Fuck your oath. People are dying. The Resistance calls on you. So it's a transaction of sorts, right? My personal freedom for the secrets I swore to keep. Sacrifice my honor on the altar of righteousness? Well, they'll meet me a moment to consider, Shimshen. Who's not of us, you're buried in? You should not end this on it. Here's my proposition to you. Aid me in closing this place down, and I will seat you and your comrades in the table of true power. Deal? I've been working on a little project. That machine there. It moves because of stolen dust. You hurt technology. I know it very well. Now this... Don't look at this so bluntly. This, or this I can seize control over that machine. Level the gates of this place free everyone. I only miss one more part. Name it. That's a power source. Now, that machine... Well, its electrical systems are powered by a detronic battery. You can find the detronic battery at the service station at the command building. It's in a different block, block six. If you can disable the automatic security systems monitoring the exits, you'll be able to make it into block six. I believe that there, at the guards' barracks, there is a control module. It controls the security systems. Find a way in. Locate the control module. Disable the systems. Come back to me.